In diesem Video zeigen wir dir, wie du deinen Blau-Vertrag in wenigen Minuten online kündigen kannst. Bleib dran! Blau bietet aktuell keine Möglichkeit an, deinen Vertrag online zu kündigen. Daher zeigen wir dir, wie du deine Kündigung schnell und einfach mit unserer Blau-Kündigungsvorlage erledigen kannst. Den Link zur Vorlage findest du unten in der Videobeschreibung. Im ersten Schritt ist es erforderlich, oben links die eigene Adresse einzutragen. Falls du während der Vertragslaufzeit umgezogen bist, ergänze am besten den Kündigungstext mit deiner alten Adresse, damit Blau deine Kündigung richtig zuordnen kann. Auf der rechten Seite ist es zudem noch erforderlich, die Handynummer und auch das Kundenpasswort einzutragen. Nachdem du alle Angaben gemacht und kontrolliert hast, kannst du das fertige Kündigungsschreiben kostenlos als PDF und Word-Datei selbst herunterladen und selbst verschicken. Alternativ kannst du dein Kündigungsschreiben auch direkt an blau.de verschicken lassen. Im neuen Fenster kannst du auswählen, wie wir deine Kündigung verschicken sollen. Wir empfehlen dir, den Versand per Fax oder Einschreiben. Mit diesen Versandmethoden erhältst du den wichtigen Versandnachweis, mit dem du den Zugang der Kündigung belegen kannst. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, klicke kurzerhand auf Weiter. Nun ist es lediglich noch erforderlich, die bevorzugte Bezahlmethode auszuwählen und die Bezahlung abzuschließen. Jetzt hast du deine Kündigung erfolgreich verschickt. Eine Auftragsbestätigung haben wir dir in diesem Moment bereits zugesendet. Sobald der Sendebericht bereit ist, schicken wir dir diesen ebenfalls per Mail zu. Wir hoffen, dass dir dieses Video geholfen hat und wünschen dir weiterhin viele erfolgreiche Kündigungen. Falls du andere Verträge auch so einfach unterwegs kündigen willst, lade dir unsere Kündigungen-App aus dem App Store herunter.